ok ich würde mal hier hingehen oder gleich hier mal zuerst und dann hier ja ein bisschen looten mal schauen du hast gar nichts dabei ich hab gar nichts nüsse nada ich laufe nur weg wenn ich wen sehe wenn du eine waffenkiste siehst ich muss ja ressourcen und alles also ich nehme alles auf was ist wir können auch noch da hochgehen in das haus genau wo ist denn die treppe hier hier wird schon gefeiert ich glaube ich glaube ich glaube das container gar kein loot hier hier Hmm. Naja, vielleicht zu dem Stern zum 1 und dann hier runter. Ich hätte uns vielleicht beim Ping mehr einpacken sollen. Habe ich nicht bedacht, dass du ja gar nichts dabei hast. Ja, geh mal Pingstern, wenn wir im nächsten Haus sind. Wir gehen jetzt erst mal zu 1, hatte ich jetzt gedacht. Hm, genau, ja. Ich bin ja fast leer. Also die... Da war nicht wirklich viel Loot. Ich habe überhaupt keine Kiste, keine Waffenkiste, nichts. Okay, das ist nicht so weit weg. Ja, das ist beim Container. Ja. Ja, vielleicht können wir ihn am Exit abfangen, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Packst du ans Nahrung an, ist doch scheißegal, oder? Ja, ich packe... Ich packe alles, was... Alles, was ich sehe. Ich habe schon 100... Okay. Oh, ist nix. Gleich... Der wird uns gleich mal pingern jetzt und pushen dann. Hast du ein... Hast du ein Jammer? Kommt, 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 kommt. Ist der... steht? Wo ist der? Oh, der ist ja direkt hier, okay. Okay. Hast du ein Jammer? Jaja, ich stehe ja schon im Jammer drinnen. Ach so, ah ja, ich auch. Der pingt sicher demnächst und... Aber keine Waffenkiste, das gibt es ja nicht. Wo ist er denn, der Azp? Ah, er geht, er geht in die andere Richtung. Geht in die andere Richtung. Geht in die andere Richtung. Wo ist er denn jetzt? Ich geh hier runter. Ach da... Na, ich geh nochmal hier rechts hin. Wo rechts? Hier an die kleine Hütte. Okay. Also Waffen gibt es für den Maxinator hier nicht, ey. Nee, das ist wirklich scheiß Map. Bin ab. Ehrlicherweise bin ich aber schon fast voll. Okay, der hat uns jetzt gesehen. Ja, der kann ja kommen. Wenn ich halt sterbe, bist du halt im Tod geweiht. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass wir hier direkt am Exit sind. Hm. Meinst du, der kommt noch? Aber er geht... Nee, geht in die andere Richtung. Wir könnten natürlich aber auch den Risky-Move machen und gleich nochmal im verschlossenen Behälter gucken. Nee, ich geh jetzt mal hier. Das macht keinen Sinn jetzt da unten. Hier ist geloopt... Ah nee, Tür ist zu. Ja, ja, jetzt schon fast. Max, der Waffenkisten, man. Oh, hier ist ja so viel Loot. Ich hab mal hier drin. Es gibt darin jetzt... Aber ich bin jetzt... Ich bin noch nicht voll. Das ist ja... Nicht mal annähernd. Ich bin so gut wie voll. Okay, der ist jetzt ganz drüben. Oh, hier sind lauter Tote. Sehr schön. Die haben schon... Ich hab ein AKM. Ja, ich bin zwar voll, aber... Du hast jetzt ne Waffe, okay. Ja, ich hätte jetzt gesagt... Ja, der wird wahrscheinlich zum Dorf gehen, ne? Ja, der ist ganz drüben. Das geht Comstation noch? Ist schon aus. Ah, shit. Wenn der rausgeht, sag ich dir ganz ehrlich, dann gehen wir nochmal zum Container und gucken uns nochmal den, äh... Ne, wenn mein... Wenn mein... Wenn ich vor bin, geh ich raus. Weil ich... Bedrohung ist raus. Ich hab ja noch einen Ping. Ping mal. Naja, ich warte bis die Bedrohung weg ist. Achso, ja. Und dann... Ping ich. Bedrohung ist weg. Nächster ist hier. Zwei. Okay. Bist du voll, oder...? Bald. Nicht... noch nicht ganz, aber... Container? Können wir machen, ne? Machst du ne Waffe? Hab ich, ja. Auch genügend Munition, oder geht's auch? 30, 31, 60. Ah, okay. Aber ich sag die Frage, ob der nicht jetzt zum Container geht. Ich glaub, der geht eher zum Drop, aber... Naja, gut. Hier ist noch jede Menge Chemie. Die würde ich dir jetzt einfach lassen, weil ich ne guter Gruppe bin. Mehr zieh. Sehr gut. Wirklich vier Stacks Chemie. Ne, ich geh jetzt raus. Sorry. Aber ich bin voll. Container wäre zu. Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Naja, ich komm zu dir. Du hast mir geholfen. Ich helf dir. Ich mach doch auf auf meine Gefahr hin. Ich mach doch auf auf meine Gefahr hin. Nehmen. Hier bist du. Okay, hier. Halt, ich bin schon so schwer, ich kann nicht mal mehr laufen. Hör, wen? Bin ich? Nein, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ah, scheiße. Wo? Wo genau? Hinter dem LKW, hinter dem LKW. Hinter der Zugmaschine. Ja, ich seh den. Dort. Aber ist die Frage, ob der einen Kumpel hatte. Nee. Hast du schon den Container rausgenommen? Nein, der ist noch nicht offen. Ich muss da abbrechen. So. Der Drop ist sonst noch hier oben. Oh, hier sind schöne Sachen für dich drin, Maxi. Ja, ja, nimm was du brauchst und ich nehm den Rest. Deswegen haben wir keinen mehr, gell? Nee, ich gucke mal, was der tut, wenn der sich nicht stört. Oh, ho, 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 ho. Der hätte 300 Chemie dabei, Maxi. Ich hab's mir genommen. Naja, kein Schluss. Ich nehm noch die neue Elektronik hier mit. Oh mein Gott. Bist du voll, wenn ich fragen darf, so ganz kreis? Ich bin schon lang voll, ja. Ja gut, weil es gibt doch diese Challenge, wo man alle Rohstoffe einpacken muss, ne? Ja, mach nur. Ich mach mich mal nen Weg Richtung Exit. Er kommt nämlich eh von der Seite. Ich hab nämlich gar nichts. Weder schnell zum Laufen. Ich hoffe ich schaff's. Hier ist der Airdrop. Was denn? Hier ist der Airdrop. Unter dem Wagen. Da hab ich keinen Platz für. Ich bin voll mit Ressourcen und Hunger, was ich rausschaffe. Nein. Maci Kack. Wenn glaub ich denn? schaffen ich sollte es eigentlich schaffen hoffentlich ich bin richtig nervös ich bin im exit ich bin raus sehr gut oh ich bin auch am exit 13.000 value kill headshot 10.000 14.000 xp muss man gleich auf muss man gleich auf meinen loot value warten ich bin ich habe glaube ich 300 chemie und 200 elektronik dabei ein so 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 Vielen Dank.